Scheiße, oder? Oder Gold? Nein. War doch klar. Hm. 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 Nein. Aber hätte ja auch keinen Sinn gemacht. Aber hätte ja klappen können. Hm. Silber, Silber. Wo waren wir denn noch? Aber wir haben doch noch... Wir haben... Keinen weiteren Schlüssel für eine andere Tür. Und hier müsste irgendwo noch ein Krokodil sein. Bevor das nicht down ist, möchte ich ungerne... Hier weiter suchen, weil... Weiter unten war ich noch nicht. Da kann man runterrutschen. Wo ist denn der zweite Arschloch? Wo bist du? Mann! Wie viel Leben habe ich? Ja. Ah! Stufe. Okay, Stufe. Was ist hier? Da bin ich mal rausgekommen schon? Ich glaube. Ich glaube, so war das. Ja, schön. Und sonst? Hier war doch sonst nix, oder? Detail. Oh, was hieß Hamzing mal wieder? War das hier in der Mitte? Ja. Na, haha. Warte, erst nochmal auftauchen. Und vom Kroko erschrecken. Nee? Okay. Ja. Einmal moving. Einmal moving. Einmal schlitz. Oh! Oder... ein Secret finden. Kannst du das nehmen? Ja? Nein? Hoch. Hoch. Und schlitz. Und... Einfach mal hier wieder rauskommen. Hm. Hm. Aber ich hab ein Secret. Du, 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 du. Da bin ich doch aber auch schon... Hier ist alles Mögliche offen. Ich hab keine Ahnung, wo ich schon war. Ich hab keine Ahnung. Let's take a look. War ich da schon... Das sind irgendwie zwei. Ja. Da. Ach so, ja. Ja, okay. Hier war doch noch ein Krokodil, Mensch. Ihr wollt nur, dass ich das vergesse. Und dann kommt's von hinten. Oder hier ist irgendwo eine Tür für den goldenen Schlüssel. Und da krieg ich erst noch den silbernen. Das ist hier. Nichts. Okay, hier war der Anfang. Da war der Anfang und da links... Was war da links? Achso, die beiden Türen. Da oben war ich jetzt auch schon. Da auf. Ich kann ja mal hier ein bisschen rumgucken und ich schnippel euch dann wieder dazu, wenn ich was gefunden habe. Also dann bis hierhin vielen Dank fürs zugucken und dabei sein und so. Und dann bis jetzt gleich wieder oder im nächsten Part. Tschüss. Hä? Hä? Was? Wie jetzt? Wieso sind denn hier jetzt tausend Schlitze? Mach erst mal den. Was ist das? Was? Da? Da nicht. Was bist du denn? Ja, okay. Hä? 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 Aber hier war ich doch schon. Haben die ein offenes Hirn oder was soll das darstellen? Hihi. Das GroKo schwebt hier noch. Hä? Hä? Ja, okay. Ich wollte gerade fragen, war ich hier schon? Nö, war ich nicht. Wie es scheint. Sekret. Hilf mir aber nicht weiter. Ja. Ich würde gerne einen weiteren silbernen Schlüssel finden, ey. Was? Oh Gott. Okay. It's time to play. Nee. Äh. Ja. Nö. Nö. Ey, äh. Nö. Wofür, okay. Nö. Was ist das? Bis heute! Das ist doch nicht ihr scheiß Ernst. Wieso denn nicht? Aber das macht sie doch nicht. Siehst du, was macht sie denn? Wie stellt ihr euch das vor? Manu! Jetzt willst du mich verarschen! Jetzt wollte ich da oben ran springen und jetzt komme ich hier, also ganz ehrlich. Das ist ein bisschen hell! Wie genau bin ich denn hier vorhin wieder raus? Ähm, Leute! Ähm, hä? Bin jetzt nochmal beim Linkentor, welches wir zuerst genommen hatten, was ich zuerst mit dem rostigen Schlüssel aufgemacht hatte. Den Weg bin ich gerade nochmal abgegangen. Bin ich vorhin da einfach reingetaucht und dann war ich durch, oder was? Habe ich mich hier gar nicht weiter umgeguckt? Bin ich dumm oder was? da ist der Schlüssel! LOL! Ähm, komm ich hier irgendwie raus? Nee! Diese Ratte macht einen sehr lebendigen Anschein, aber ich komme hier gar nicht raus! Am I right? Da ist sie zu doof zu! Muss ich dafür... Nee, von da bin ich gerade gekommen, oder? Und warum ist da noch eine Ratte? Und überhaupt... Hier kann man ja überall rauf. Muss ich doch nochmal das Wasser abdrehen? Weil hier sind ja Stufen. Ich hatte das Wasser jetzt nämlich mal abgedreht. Also ich sitze hier bestimmt schon seit anderthalb Stunden oder so. Wie ihr mitgekriegt habt, habe ich ja derweil ein paar Secrets gefunden. Ähm, aber ich glaube... Achso, Wasser abstellen hat so nichts gebracht. Ich habe nicht rausgefunden, was da los ist. Bei der Ratte scheint so zweiter nichts zu sein. Was habe ich denn getan? Vorhin? Da bin ich dann einfach hier runter, ne? Ja, das sieht... Ja! Ah! Ah! Deshalb kommt man hier so schnell wieder hin! Ah! Äh! Ah! Ähm! Und ich glaube, hier ist echt kein Krokodil mehr! Ja! Dann brauche ich die ganze Strecke nämlich nicht nochmal zurücklegen! Das macht natürlich Sinn! Ja! Ach komm, schwimm mal schneller! Ich habe erst gedacht, hier diese komischen Gehirne von den Statuen sollen mir irgendwas sagen! Oder da kann man irgendwas machen! Oder sie verschieben, wenn das Wasser weg ist! Aber nö! Die wollten nicht spielen! Aber gut, das macht ja dann wieder Sinn! Ja! 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 Das macht dann wieder Sinn! So! Machen wir nochmal... Wasser ab! Und einmal den hier! Ja! 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 notieren! So! Dann sind jetzt vielleicht größere... Nein! Chancen vorhanden! Hier muss ich nur runter gehen... Keine Ahnung! Oh, was. Ähm. Doch, da unten. Das müsste das Tor gewesen sein. So. Und so. Okay, okay, dann macht das Ganze... Ja, mhm. Ratte. Nee. Erstmal tauchen. Ja. Ähm. Ja. Ach ja. Ja. Ach nee. Jetzt komme ich hier ja nicht mehr raus. Ne? Ich muss die ganze Strecke nochmal gehen. Hä? 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 Nee, warte mal. Hier war das... Nee, da komme ich nirgendwo höher, ne? Nee, das hatte ich auch schon versucht. Ich hatte versucht, ob ich hier hochkomme, aber es ging nicht. Wenn's jetzt geht, bin ich einfach doof. Nee. Sie will halt auch nicht. Ach, fuck. Ach, fuck. Ich bin doch hier richtig, oder nicht? Ich hab keine scheiß Ahnung. Nee, ich bin da durchgetaucht. Ich muss, glaube ich... Auch wenn's... Auch wenn's... Auch wenn's assi ist... Nee, so viel getaucht bin ich ja gar nicht. Also rein theoretisch, oder war das das Tor? Nee, war es nicht. Nee, oder? Nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Noch mal irgendwie hochzukommen. Und zwar hierhin. Das kann ja noch nicht so schwer sein. Na, 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 na. Äh, äh, äh. Irgendwie geht das. So. Und so. Oh, okay, meinetwegen auch so. Wow. Hi, oh, hi. Tolle Kamera. Ähm. Ja. Ach, schön. Großartig. Dieses Spiel liebt mich und es ist total toll. Und wahrscheinlich hätte ich jetzt einfach nur da unten lang gemusst. Und es hätte irgendeinen Trick gegeben, auch wenn ich da ja irgendwie nicht aus dem Wasser kam. Aber hey. Irgendwie. Keine Ahnung. Macht aber auch nichts, solange wie ich hier jetzt schon dran sitze. Nimmt sich das eh nichts mehr. Mhm. 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 Oh No Bitte ohne Monsieur Pierre Wut bevall nice a Jump Halt dich fest Ich fühle mich hier irgendwie wohler Ja Sehr souverän wie ich das meist höre Cherie Wunderschön Das gibt eine zehn eine zwölf und eine neun von der Jury Der mit der zwölf hat nur zu viel getrunken So Ach ja, ach Nerv Wunderlich eine Kameraführung Wie sie ihr sehen können Kann ich nicht von hier da rauf springen Wunderschön 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 Würde ich feiern, ja Höh Ja Ja Danke Wir haben es gleich 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 Ja Ganz gleich Ich schwöre Und Nach oben Cherie Und jetzt Ach ja Jetzt war hier hier Arschloch Dingens Genau Mal so Mal so So Ja Spring So Ja 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 Natürlich Jetzt lebst du Also jetzt kannst du ja wieder Jetzt bist du ja und so ne Kommen sie rum Bitte Kommen sie Klingt wie so ein galoppierendes Pferd Aber es ist gerade mal eine Ratte Nervt doch mal die Cent Ja Ja Genau And I think that was the plan Glaube ich hoffe ich Pierre Arschloch Nein Nein Delim 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 Bonanza Delim 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 Da ist aber kein Schlüsselloch Ne und wir haben ja auch gar keinen rostigen Schlüssel mehr Wir müssen irgendwo an einen Hebel Hebel Kommen Der uns dann Keine Ahnung Mh 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 Tšt 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 So ein Hebel wär geil Irgendwie muss man die Tür ja aufkriegen. So. Und jetzt einfach einmal springen! Okay. Und weil wir es können, vorsichtshalber, einmal speißern. So. Weiterkommen macht Spaß! Der Hebel! Yay! Der Hebel! Entspann dich mal. Ich glaube, ich mache besser... Hä? Hä? Was ist das? Verarschungskante. Da liegt aber auch sonst nichts. Kommt dahinter jetzt noch irgendetwas? Hä? Hallo? Achso, da ging es hoch. Voll verstörend, diese Pixel hier. Ja! Juppidu! Juppidu, Gummischu! Ähm... Ja, aber mich jetzt hier einfach fallen lassen. Einfach so, es ist voll dangerous, ey. Okay, I can try. Aua, aua, aua! Siehste? Da habe ich neue Sachen. Aber gut. Wir haben ja noch ein paar Medipacks. Und wir haben den zweiten silbernen Schl... Schlüssel... Schlüssel... Schlüssel...